Hey ihr Lieben, ich hoffe ihr hattet einen wunderschönen Tag. Ich habe heute für euch wirklich ganz ganz besondere Trigger vorbereitet, die ich auf meinem Channel auch außer den einen noch nicht gezeigt habe. Und ich hoffe, dass euch das Video gefällt, dass ihr ganz 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 viele Dingels hoffentlich dabei bekommt und ich würde sagen, wir beginnen mit dem Video. Alright. Okay. Die ganzen Münzen Klappern Ich habe noch nie Yes, das ist normal Belly Dancing Hüfttanzen gemacht Was ich das so aus entdeckt habe Das hier Das war sogar noch neu verpackt Und Vielen Dank. Bauchtänzen heißt das, was für Hüfttänzen. Möbel ist es, was für Hüfttänzen. Diesen Checker hier. Ich hätte super gerne die Tage Badminton gespielt. Ich habe die Fede aber leider nicht gefunden. Jetzt wird das Wetter, glaube ich, wieder ein bisschen schlechter, aber auch nur für die eine Woche. Und danach haben wir, glaube ich, wieder gutes Wetter. Und ich hoffe, dass es euch allen gut geht. Das hier ist das letzte Video mit dem Blue Yeti. Denn ich fahre wieder nach Hause und ich lasse dieses Mikrofon hier, weil ich zu Hause das Blue Yeti Pro habe. Deswegen verabschiede ich mich mit diesem Video von dem Blue Yeti für eine Weile. Okay, um, Okay, um, Okay, um, Okay, um, Next, Draco, Ich weiß, die Dinger sind, ähm, wieder out. Zumindest sind die jetzt nicht mehr so unglaublich, ähm, beliebt. Das war ja vor einem Jahr. Aber ich habe die zu Hause gefunden und dachte, die sehen gut aus und irgendwie machen die auch coole Geräusche. Die Dinger sind nicht mehr so unglaublich. Die Dinger sind nicht mehr so unglaublich, aber nicht mehr schließlich, die Dinger sind nicht multi, sondern alle aber aus. Aber jetzt haben wir die Möchner, die Dinger sind sehr ginge. Und besser gesagt, Das Magrug, und besser als die Dinger sind. Alles Götter sind, hier ist mir sehr gut. Diese Geräusche sind. Was ist mir groß, Untertitelung aufgrund der Audioqualität nicht möglich Das war's für heute. Okay. Ich glaube, dass ich die Sound von diesen Mio ein bisschen besser mag Okay Okay, nächste Trigger habe ich diesen hier, ähm, gewonnen. Das ist so ein, so eine kleine Brain Pouch und die habe ich so, so lange, seitdem ich ein kleines Kind bin und ich fand die früher immer unglaublich cool, ich fand die so cool und jetzt habe ich die jeder gefunden. Die sind ganz, irgendwie, die Vorhaben, die Schneebelange, das sieht alles so, so süß aus. Hat irgendwas im Auge. Okay. Ich habe das Gefühl, ich bin schon wieder nicht nicht im Fokus, aber... Findet ihr das auch so niedlich wie ich? Ich wüsste zwar nicht, was ich reintun sollte, außer halt Minzen, aber... Ja. Erinnerung. Okay. Ich habe für euch... zwei Tickly Schwämme. einen Faden. Es ist sehr schön. Nos waren schon schon die Blinden Bothahe und hauptszen. Toата Rcribedettührensz malaht rausz. Es ist sehrんな, ob die L Northwestern sind. Die Hörer sind wirklich super, super entspannend, Mann. Und draußen ist es voll am Regnen. Heute ist wirklich Sonntag. Fühlt sich an wie ein Sonntag, aber es ist Donnerstag. Keine Ahnung, irgendwie so ein Tag, wo man einfach zuhause chillt, Video schaut, Netflix schaut, kein schlechtes Gewissen hat, wo man nicht rausgeht. Ich finde aber, man merkt wirklich, wie die Laune von einem selber ist, wie die Einstellung ist, wenn die Sonne scheint und wenn die Sonne nicht scheint. Ich glaube, das ist bei vielen von euch wahrscheinlich auch so, wenn die Sonne scheint. Da hat man so irgendwie das Gefühl, man könnte jetzt alles machen. Man könnte rausgehen, irgendwo hinfahren oder einfach nur einen Spaziergang machen. Aber wenn es regnet, überlegt man sich das irgendwie zweimal und man fühlt sich irgendwie so... Ich weiß nicht. Ich würde nicht sagen Debris, aber Sonne gibt einem irgend so ein lebendiges Gefühl. Wenn ihr versteht, was ich meine, macht ja auch Sinn, denn ohne Sonne können wir nicht leben. Das Beste, was ich zum Beispiel an dem Sommer finde, ist einfach nur, dass es... so lange hell ist. Ich saß gestern noch um halb elf auf dem Trampolin und es war noch nicht dunkel und im Winter hat man diese Zeit einfach nicht. Da ist es um halb fünf dunkel und man hat das Gefühl, der Tag ist so gut wie um und im Sommer hat man das Gefühl, dass man auch um zehn Uhr irgendwas machen könnte. Und das auch immer Ich war gestern Job und ich habe eigentlich für dieses Video zwei, mir fehlen immer die ganzen Begriffe, wenn ich Videos drehe, zwei Eichenzapfen, Eichenzapfen, genau, für euch mitgenommen und die sahen super cool aus. Und dann dachte ich mir, ich wasche die mal zu Hause, damit die auch schön sauber sind. Ich habe die gewaschen, ich habe die nach draußen gestellt und die haben sich so eingezogen. Also, ja, ich bin rausgegangen, habe mir die angeguckt und dachte so, umsonst gewaschen hätt ich nicht machen sollen, weil die waren ja so und dann hatten die sich halt wirklich so zusammengezogen. Ich kann es nicht glauben. Ich war wirklich traurig, aber ich habe noch eine gefunden zum Glück und noch eine kleine, zwar nicht die, die ich euch zeigen wollte, aber mindestens war es genauso gut. Also die eine, die ich mitgenommen hatte, das war ungefähr so eine und die war auch von einer Größe, ungefähr so ein bisschen größer und ja, dann habe ich aber nur noch die hier gefunden, weil die habe ich in der Stadt ganz spontan gesehen, habe ich direkt mitgenommen und die gab es hier bei uns irgendwo in der Nähe. Ich habe heute alles durchgesucht, den ganzen Wald, aber es gibt einfach nicht diese große in unserem Wald, weil ich finde die an sich so nice waren. Die kleinen sind halt so, ja gut. Und ich habe die Kisten sogar mit Zeife gewaschen, also mit Spüli, damit die schön sauber wird. Und dann. Und dann. Und dann. Genau, und die Kleine, das ist ja so eine ganz andere Art. Die ist auch viel härter. Das ist wirklich schade, aber. Das ist wirklich schade. Okay, ihr Lieben, ich wünsche euch eine wunderschöne Nacht, süße Träume und wir sehen uns Sonntag wieder. Ich könnte auch bald streamen, ich glaube, das mache ich mal. Okay, ihr Lieben, tata, bis dann.